Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich habe mir es so gedacht, dass wir, nachdem wir ja gestern mit den Beziehungen angefangen haben, dass wir eher mit den Beziehungen jetzt weitermachen, da sind wir gerade so schön dran. Und heute Nachmittag denke ich daran, dass wir eher einerseits wirklichkeitskonstruktive Perspektive und andererseits Intuition machen und dass wir morgen dann zu diesem Persönlichkeitsteil 2 und Skripten und Lebensentwürfe und diese Dinge zurückkehren und dann haben wir natürlich auch noch weitere Themen. Also ich glaube, wir kommen gerade so hin mit der Menge. Ich bin gutmutes, dass ich durchhalte. Ihr seht auch noch ganz entschlossen aus. Heute Morgen kein Witz. Ja, Moment. Also kein Witz. Vielleicht fällt er mir noch währenddessen ein. Aber irgendwie, mir fallen eigentlich sonst leicht Witze ein. Meine Frau hat das schon immer genervt, aber ich habe mir das abgewöhnt weitgehend. Aber irgendwie fiel mir nicht so leicht einer ein und dann plötzlich fiel mir ein, dass ich zwei Gedichte ja mitgebracht habe. Und vielleicht fällt mir deswegen kein Witz ein, weil ich die vortragen soll. Und ich möchte eines mal vortragen. Das ist ein bisschen was von der besinnlicheren Seite, aber es ist ja für mich sozusagen ein bisschen auch eine Abschiedsfeier. Da darf das sein. Dieses Gedicht ist von Rielke. Briefe an einen jungen Dichter. Da könnt ihr euch jetzt angesprochen fühlen. Und es heißt, was mich bewegt. Die Dörter, alte TA-Kollegin, Freundin, Schülerin und Lehrtrainerin am Institut hat mir das zum 60. Geburtstag gewidmet. Was mich bewegt. Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen. Die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären. Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch. Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos, still und weit. Man muss Geduld haben gegen das Ungelöste im Herzen. Und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben. Wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antwort hinein. Die Hilde Dormin, mit der wir ja in Heidelberg Tuchfüllung hatten, die auch mit Dörte befreundet war, die hat die Gedichte immer zweimal gelesen, aber das will ich euch jetzt nicht zumuten. Aber sie hat ja auch in der Regel sehr viel kürzere Gedichte gemacht. Und da hat es auch einen sehr erleuchteten Effekt, das einfach dann nochmal sich zu vergegenwärtigen. Gut. Gibt es zu gestern irgendwelche Fragen, die noch besprochen werden müssen? Irgendetwas, was zum Ausdruck gebracht werden sollte, damit wir gut weitermachen können? Ich sehe niemanden sich in Krämpfen winden. Dann mache ich einfach weiter. Ihr habt auch verstanden, dass mir das das Liebste ist. Ja, dann kommen wir jetzt zu Spielen. Ich habe es gestern auch gesagt, Ihr merkt, ich habe mich hier ein bisschen komfortabler gemacht, aber ich glaube, der Kontakt ist trotzdem gut. Die Transaktionen, also bestehend aus Stimulus und Response, ich darf daran erinnern, dass Bern schon das konzipiert hat, dass erst wenn im Fall von zwei Menschen beide zusammen etwas erzeugen, ist es eine Transaktion, also ein Beitrag zum Entstehen einer Wirklichkeit. Und von daher hat er eben die Entstehung von Wirklichkeit immer schon zu einem Beziehungsphänomen gemacht. Das finde ich theoretisch hochmodern. Die einzelnen Transaktionen sind also wie Standfotos. Und jetzt interessiert uns, was in Sequenzen von Transaktionen sich für eine Wirklichkeit entfaltet, welchen Logiken diese Entfaltung folgt und auch zu welchen Höhepunkten oder Ergebnissen einzelner Sequenzen, die wir aus dem endlosen Fluss von Wirklichkeitserzeugung rausschneiden, führen. Und das sind dann in der Transaktionsanalyse die Spiele. Und als Transaktionsanalytiker lernt man wirklich sehr intensiv, jeden einzelnen Schritt zu analysieren, der diese Inszenierung voranbringt bis zu diesem Kulminationspunkt. Wir werden jetzt gleich verschiedene Arten Spiele darzustellen und verschiedene Schemata, die dafür entworfen worden sind im Laufe der Entwicklung der Transaktionsanalyse kennenlernen. Auch da fange ich jetzt ursprünglich bei diesen Aufsätzen aus dem Intuitionsbuch an, 1961. Dort ist Spiel zunächst einfach definiert als ein Set of Ulterior Transactions that lead to a predictable outcome. Ihr erinnert euch an Unterschwellig ist Ulterior, das ist in der klassischen Börnchen-Verständnis sind es die psychologischen Hintergründe der Botschaften, das was psychologisch miteinander in Szene gesetzt wird. Und von einem Spiel spricht ja dann, wenn wir im psychologischen Hintergrund uns auf etwas vereinbaren, dass wir durch das Umgehen miteinander über diese Serie von Transaktionen, ohne es zu merken, wenn es Ulterior ist, also das Erwachsenen ist sich dessen nicht richtig gewahr, durch den Fortgang der Ereignisse einlösen, um dann am Ende dort zu landen, worauf wir uns am Anfang psychologisch bereits vereinbart haben. Das war die Grundidee. Und das ist jetzt, kommt natürlich alles aus diesem psychoanalytischen Denken von Wiederholungszwang. Ich fühle mich abgelehnt, nun halte ich einen Vortrag, ich erwarte, dass man mich wieder ablehnen wird. Ich biete euch ein langweiliges Thema, ihr seid artig und sagt, ja, das wollt ihr euch anhören, dann langweile ich euch endlos mit Darstellungen. Und im Hintergrund baut sich langsam auf, was von vornherein verabredet war. Denn ich habe gesagt, ihr werdet mich sicher wieder langweilig finden und ihr denkt, oje, das wird ja wieder böse enden mit dem. Aber wir versuchen auf der sozialen Ebene, Oberfläche, was anderes zu machen, um am Ende aber dann doch bei dem zu landen, worauf wir uns von vornherein vereinbart haben. Und ich biete euch also sozusagen an, macht mit mir Wiederholungszwang und ihr, ohne es zu merken, sagt, wir geben uns zwar anders, aber wir spielen mit bei deinem Wiederholungszwang. So, das ist die Grundidee dahinter. Von daher war ursprünglich eben auch ein Spiel so konzipiert, dass es eigentlich die Inszenierung einer intuitiven, psychologischen Sofortverabredung voranbringt. Und dementsprechend hat Byrne das dann in eine Spielformel gefasst, die hier dargestellt ist. Kon und plus Gimmick, ich sage es gleich auf Deutsch, ist der Response. Das führt zu einem Switch, einem Cross-Up und einem Pay-Off. Zu Deutsch. Vor dem Gleichheitszeichen, das ist die Verabredung. Kon plus Gimmick. Ich sage, ich würde euch gerne was vortragen. Ja, psychologisch heißt, findet mich mal wieder langweilig. Und ihr sagt nicht, oh, das wird langweilig, lasst uns das lieber sein lassen, sondern sagt, ja, Herr Dr. Schmidt, Ihnen hören wir gerne zu. Und im Hintergrund ist der Gimmick, okay, dann machen wir es halt nochmal. Und dann haben wir diese Response, wird das genannt, also eine Serie von Transaktionen auf der sozialen Ebene. Ich referiere, ihr hört artig zu, solange ihr das kennt. Und irgendwann plötzlich meldet sich jemand und sagt, also ehrlich gesagt frage ich mich die ganze Zeit schon, wofür das eigentlich interessant ist. Ja, das ist jetzt auf der sozialen Ebene eine gekreuzte Transaktion. Kann man sich irgendwie vorstellen, dass da der geplante Fortgang der Kommunikation auf der sozialen Ebene jetzt unterbrochen ist. Es entsteht eine Irritation bei dem Beteiligten, für einen Moment, ein Moment of Puzzlement. Und dann singe ich in mir zusammen und sage, aha, bin mal wieder langweilig. Und ihr singt vielleicht in euch zusammen und sagt, es gibt halt keine interessanten Lehrer mehr. Woher soll man denn noch wirklich Inspiration kriegen? Und dann wären wir beide bei der Endauszahlung. Ich habe mir damit bestätigt, dass es mir nicht gelingt, Menschen zu interessieren, für Dinge, die ich wichtig finde. Und ihr habt euch bestätigt, dass es eigentlich keine Lehrer gibt, die inspirieren können. Und in dieser Diktion, das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, wo das auch ganz plausibel ist, haben wir eigentlich vollzogen, was wir von Anfang an hätten wissen können, dass wir es verabreden. Und von daher auch der hohe Wert, der in der Transaktionsanalyse auf die Initialtransaktion gelegt wird. Die gehen davon aus, dass Spiele nicht möglich wären, wenn wir aufmerksam genug wären, bei der Initialtransaktion die psychologische Verabredung zu identifizieren. Von daher ist natürlich das in sich hineinspüren können, das herausfinden können, worauf läuft das hinaus, psychologisch, wenn wir das so machen, wie es sich jetzt in Nuancen anfühlt, die beste Prävention für Spiele. Ich sage schon, oh, ich merke, es könnte langweilig werden oder ich fürchte, es wird euch nicht interessieren. Und dann kann man aber natürlich auch das Spiel nicht zur Endauszahlung bringen. Uns gibt ja nachher Erklärungen dafür, warum diese Endauszahlungen auch von Interesse sind. So, das war also die Spielformel. Und Bernhard, wie sich das dann in der Transaktionsanalyse... Jetzt habe ich ja schon ein schönes Beispiel gemacht. Spontan hier habe ich noch eins aufgeschrieben, das folgt der gleichen Logik. Das ist aus dem Katalog der Spiele, das ist das Blödspiel, oder Stupid. Und ihr seht jetzt gleich danach diese transaktionale Darstellung. Nachdem man die Transaktion nun mal erfunden hat und zum Schluss kam, dass das ein universales Beschreibungsmodell sein müsste, war ab da Pflicht, alle Phänomene transaktionell abbilden zu können. Und ihr habt hier in dieser Darstellung, ganz ähnlich wie mit dem anderen Beispiel, das ich gewählt habe, links die Verabredung auf der sozialen Ebene. Ich erzähle euch was und ihr soll es interessant finden. Und gestrichelt wird das immer gemacht, die Verabredung auf der psychologischen Ebene. Im Falle von diesem Dummspiel sagt der Linke, gell, ich bin blöd, aus dem angepassten Kind, jetzt wieder funktional gesprochen, während der andere psychologisch sagt, ja wahrscheinlich wird es darauf auch wieder rauslaufen. Ich glaube auch, dass du blöd bist. Insofern ist es auf der sozialen Ebene wie auf der psychologischen Ebene komplementär. Dennoch, und da kriegen wir schon die ersten theoretischen Schwierigkeiten, ist ja im Spiel dieser Switch beschrieben. Und dieser Switch besteht nicht darin, dass Transaktionen gekreuzt werden, was theoretisch eigentlich nirgends beschrieben wird, sondern dieser Switch besteht genau genommen darin, dass die Ebenen sich verschieben. Also das, was komplementär im Hintergrund verabredet wurde, wird plötzlich bestimmend im Vordergrund und das erzeugt die andere soziale Situation, aber es gibt eigentlich keine gekreuzten Transaktionen dabei. Oder, man kann das als gekreuzt ansehen, dass man sagt, während ihr bisher brav zugesetzt gehört habt, sagt jetzt einer, ich glaube, ich finde es langweilig. Also das ist so eine Schnittstelle, was das eigentlich theoretisch genau ist. Ist jetzt gar nicht so wichtig. Ihr findet eben, wo ist der Wind, wenn er nicht weht. Das ist ja bei uns auf der Website und das hat Jungfermann gerade auch wieder erbeten, die Rechte zurück, um es als E-Book rauszugeben. Ihr könnt es kostenlos, könntet ihr das auch demnächst wieder als E-Book runterladen. Nur die letzten beiden Kapitel sind dort eigentlich ein Zusatznutzen zu dem Band 1, den ihr jetzt habt. Die anderen Kapitel habe ich in den jetzigen Band 1 übernommen. Die letzten beiden Kapitel habe ich nicht übernommen, weil das so differenzierte Auseinandersetzungen mit Persönlichkeitsmodellen und mit Beziehungsmodellen in der Transaktionsanalyse sind in Wo ist der Wind, wenn er nicht weht, die die allgemeine Menschheit kaum interessiert und die meisten Transaktionsanalytiker leider auch nicht. So, und das eine der Faszinationen der Transaktionsanalyse besteht darin, dass die auf spielerische Weise auch sehr gut dargestellt haben, wie das eigentlich Katz-und-Maus-mäßig hin und her geht, wenn Menschen Drama miteinander machen, Psychodrama. Es ist jetzt nicht das Drama gemeint, das bewusst inszeniert wird, weil es Play ist, sondern es ist das Drama gemeint, das Game ist, also Beziehungsrenkespiele und das ist eine sehr einfache, aber geniale Erfindung von Steve Cartman, einer der Eric Byrne Memorial Award Winner für dieses Schema und da gibt es drei Positionen, aus denen heraus das gespielt wird, jetzt auf der sozialen Ebene, also die Darstellung, oder? Und obwohl das auch nicht ganz klar ist. Die drei Positionen sind Retter, Verfolger, Opfer. Der Verfolger, da kommen wir später noch ein bisschen drauf, hat die Grundeinstellung ich bin okay und du bist nicht okay, funktional gesehen, ich muss dich deswegen kontrollieren, kritisieren und das Opfer ist in dem Fall ein angepasstes Kind und zwar eins, das jetzt nicht, das verfolgt, kritisiert, runtergemacht wird. Das wäre die eine Variante von Opfer, das Opfer nimmt die Position ein, ich bin nicht okay und du bist okay. Also ich räume dir sozusagen auch ein, dass du mich zu Recht kritisierst, kontrollierst und fühle mich bezogen auf das dann auch entsprechend bestätigt darin, dass ich nicht ganz okay bin. Die fürsorgliche Eltern-Ich-Variante wird dann durch den Retter ausgespielt, der von der, der zwar positiv daherkommt, aber auf der Basis, du hast das nötig. Also und wenn du mich nicht hättest, also nur wenn ich, also da ist nicht diese ganze Inverantwortungnahme, der ganze Respekt vor den eigenen Möglichkeiten des Anderen mit drin, sondern der Retter bietet dem Anderen auch ein bisschen an, kleiner zu bleiben, als er sein könnte. Und fühlt sich dadurch eben selbst positiv, weil ich bin ja toll, weil ich jemanden habe, dem es offenbar schlechter geht und dem ich was Gutes tun kann. All diese Positionen gibt es natürlich auch im wirklichen Leben, aber nicht verbunden mit der Bestätigung von Nicht-OK oder OK Positionen. Das macht es zum Dramadreieck. Es gibt ja Menschen, die positiv kontrolliert werden müssen und wo das gut ist. Es gibt Menschen, die fürsorglich behandelt und gerettet werden müssen. Aber wenn das mit einem Grundverständnis ich bin OK und du bist OK, ich brauche nicht dein OK sein, um mich zu erhöhen oder ich brauche nicht dein Nicht-OK sein, um mich zu erhöhen, die dürfen dabei keine Rolle spielen, sonst wird das eben diese Art von Psychodrama im Hintergrund. So, ich habe jetzt mal ein Spiel ausgewählt, das nicht nur sexuell gespielt wird, sondern sehr viel eben auch in Berufsbeziehungen, das Hilfe-vergewaltigung Spiel, RAPO in Englisch und das geht weiß so los, dass von der Opferposition her jemand kommt und sagt, ich brauche dringend was von dir, in der Regel dann nicht spezifiziert, keinen klaren Kontrakt und so weiter und es findet sich dann sofort, Punkt 1 rechts oben, der Retter, die sagt, du kannst alles haben, es rührt mich, wenn jemand mich wichtig genug findet, was von mir zu brauchen, auch ohne genau zu klären, was das denn sein könnte, dann gibt es eine Serie von sozialen Transaktionen, die jetzt hier am Dramatreieck nicht dargestellt wird, weil ja dort nur die Wechsel, also die größten Transaktionen auf der sozialen Ebene im Dramatreieck dargestellt werden, die arbeiten also zwei, drei Coachingstunden miteinander und es wird immer intimer, man arbeitet an der Kindheit und an Missbrauchserlebnissen und so was und irgendwann kommt der Klient in die nächste Stunde und sagt, ich habe mir das Ganze nochmal angehört, wo haben sie mich eigentlich dahin gelotst, ich bespreche hier Dinge, die zahlt man, da gibt es keinen Grund, warum die meine Arbeitsgeber bezahlt, ich plaudere hier Dinge aus, die in der Privatsphäre gehören, die überhaupt nicht in eine berufsbezogene Beratung reingehört, ich finde diese Art von Missbrauch sowohl vom Geld als auch von meiner Unorientiertheit, was Beratung eigentlich sagen kann, absolut empörend, sie sind ein Ferkel. Das war jetzt etwas länger gesprochen, was ich hier sehr kurz dargestellt habe, nämlich das Opfer wechselt in die Verfolgerrolle und sagt, das war es nicht, Finger weg, du Schwein und der Retter, wenn er sich einlässt, geht dann in die Opferrolle und fühlt sich schlecht und sagt, ich lange immer daneben, ich habe gedacht, sie wollen das, eigentlich bin ich gar nicht so und fühlt sich miserabel. Diese Art von Spiel wird in allen Sphären gespielt und da ist es eben aus der sexuellen Sphäre erstmal entnommen, wo es diese Dynamiken ja sehr oft gibt und die werden ja dann manchmal es wird ja bei Spielen das habe ich jetzt gar nirgends dargestellt es werden ja verschiedene gefährlich und Schädigungsgrade von Spielen unterschieden also Spiel ersten Grad das ist so wenn das am Dinner Table in fünf Minuten stattfindet wo man dann ein bisschen so mit Unbehagen auseinander geht aber kein größeres Problem ist Stufe 2 ist wenn man das im Hotelzimmer nachts veranstaltet und Stufe 3 ist wenn das so extrem wird dass das dann vor Gericht landet und irgendwelche Berater um ihre Existenzen fürchten müssen oder Familienväter öffentlich Opfer von Missbrauch Bezichtungen werden und so und dann kann das also hoch schädigende bis hin dann zu nachfolgenden Suiziden und sonst was harmvoll Dimensionen annehmen die Logik ist aber oft durchaus in dem völlig gleichen Schema beschreibbar Du hast das jetzt eben mit zwei Personen beschrieben das heißt sowohl der Retter als auch das Opfer ändern ihre Rolle Ja Das gibt es aber auch mit drei Personen beliebig vielen also das sieht einen ganzen Rattenschwanz nach sich dann kommt der Rechtsanwalt der dem Opfer jetzt beispringt und sagt dieser bösen Bezichtigerin oder diesem dem werden wir es aber zeigen die sind nicht okay dann geht der Rechtsanwalt gegenüber dem Angeklagten in die Retterrolle und gegenüber dem Kontrahenten in die Verfolgerrolle und dann gibt es also ganz beliebig große vielhändige Aufzüge dieser Art geben Ich habe jetzt nur den ganz einfachen Fall genommen weil ich es ja nur als Illustration von den Darstellungsarten von Spielen nehme ich möchte jetzt nicht ausführlich Spiele abhandeln und weil gerade also die wirklich transaktionale Beschreibung von Spielen ist ein bisschen umständlich und oft auch gar nicht besonders erhellend und deswegen hat sich zunehmend eingebürgert dass man die Spiele eher mit dem Dramatreieck darstellt man kann das auch in Seminaren sehr viel leichter man braucht drei Leute zusammensetzen und sagt spielt mal Mittagstisch das Kind kommt mit einer schlechten Note heim da hat man innerhalb von 30 Sekunden die schönsten Dramata laufen die man wunderbar mit dem Dramatreieck beschreiben kann mit allen Wechseln hin und her das ist dann ein fröhlicher Reiken und macht auf dem Niveau dann oft auch durchaus das Vergnügen und Byrne hat ja das Buch mit dem er den Durchbruch erzielt hat geschrieben Spiele der Erwachsenen das habe ich jetzt nicht hier Anekdote zwischen rein habe ich gehört wäre gut wenn man die erzählt weil das ein bisschen auflockert Byrne war ja das war ein kalifornischer Verlag wohl und der hat das Spiele der Erwachsenen von Dr. Eric Byrne genommen weil die wohl die Ahnung hatten dass das sechs Spiele wären hat dann einen Vertrag mit ihm gemacht und Byrne hat darauf bestanden so hat Vanita erzählt wenn ich mich recht erinnere dass das gleich zwei Bücher sein müssen hat also ihn für ein weiteres Buch sonst hätte er es nicht gemacht mit unter Vertrag genommen und als sie dann gesehen haben was für ein Manuskript das war fanden die das gar nicht so toll und wollten das gar nicht veröffentlichen aber Byrne hat mit juristischen Mitteln drauf bestanden dass es veröffentlicht wird und mit diesem Titel haben ganz viele Menschen gedacht es handelt sich um erotisch orientierte Spiele und dadurch hat dieses Buch eine sehr große Verbreitung gefunden und die Transaktionsanalyse wurde berühmt dann auch durch einen Südkalifornier also das sind in Kalifornien namens Harris in Kalifornien sind das die Burgenländer in Österreich oder die Ostfriesen in Deutschland und dieses Buch ist von seinem intellektuellen Niveau auch nicht unbedingt berückend aber ich habe es mir ich bin okay du bist okay von Harris aber ich habe es mir damals gleich gekauft und es ist als Ersteinführung wirklich auch klasse und hat von daher auch sehr zur Verbreitung der Transaktionsanalyse beigetragen und später hat ich weiß es die Reihenfolge nicht mehr hat er also auch ein zweites Buch auch nur über diese juristischen Mittel des Verlagsrechts durchgesetzt wollen wir so sagen nicht der eleganteste Anfang für eine epochemachende Schule aber der Evolution ist es egal über welche Winkelzüge sie vorankommen später kann sich sowas trotzdem noch wenn es gepflegt wird zur Hochkultur entwickeln da fällt mir eine kleine Anekdote ein nur dass man dass man sich auch nicht immer gleich so erhoben fühlt wenn man zur Zeit in einer besseren Etage der Kultur angelangt ist eine Szene aus einem Film den ich mal gesehen habe da hat ein immens reicher Lord hat sich eine zweifelhafte Dame angelacht die er einfach toll fand und die gab sich als Gräfin aus was der aber sofort durchschaut hat aber er hat sie in sein Schloss mitgenommen weil er sie auch wirklich nett fand und mit ihr auch was anfangen wollte und hat ihr den Familienschatz gezeigt und ging dann ins Bett in sein eigenes und hat sie in ihre Gemächer geführt und sie ist natürlich sofort los und hat sich zurück in die Räume vom Familienschatz geschlichen und stand vor dem größten Diadem und wollte also gerade Scheibe einschlagen da hörte sie eine sanfte Stimme hinter sich von ihm und sagte greifen Sie ruhig zu das war der Lord wissen Sie wir haben das auch so gemacht das ist nur ein paar hundert Jahre her ja also und darin sind sehr viele Spiele beschrieben mit ihrer psychoanalytisch hinterlegten Dynamik und richtig ordentlich nach der ganzen Architektur von Spielen aufgelistet mit dem Thorsten habe ich vor kurzem gerade darüber geredet der hat das gelesen man braucht diese Architektur im Einzelnen nicht aber die aber die Beschreibung solcher Spiele ergeben einem sofort einen Wiedererkennungseffekt und denken wir ja klar das ist interessant solche zu kennen man hat dann diese Spiele nach den bevorzugten Positionen dem Drama drei kann man die ganz gut einteilen und ich nenne ein paar davon also schlag mich also wer kennt nicht den Menschen der in der Gruppe es dazu bringt das in kürzester Zeit der Klassenkeile kriegt und mit einer Effektivität die toll ist eine der Lehrtrainerinnen der TA die bei mir ihr erstes Seminar gemacht hat die war darin so klasse ich habe ja aber schon alle fehlten sie für total gestört ich habe ja aber gleich gesagt aus der Frau wird mal was ist auch so geworden ich weiß nicht wie sie es gemacht hat aber die setzte sich hin und machte eine Art von Übungen sozusagen ganz es sah so aus auf der sozialen Ebene als wolle sie sich entspannen weil man sich doch mit der Zeit etwas steif sitzt und so aber es hatte etwas an sich wo jeder sofort einen würrigen Reflex kriegte und es dauerte auch und einen halben Tag lang ging das auf der sozialen Ebene aber die Verabredung dass sie Klassenkeile kriegt die war klar im Raum und die hätte sie auch gekriegt wenn ich das nicht verhindert hätte und die also die war ist wirklich die begabteste Schlagmischspielerin die also je erlebt hat die konnte das in jeder Lebenslage irgendwie hat die die Botschaft ausgesendet ihr werdet mich sicher hauen ihr sagen nein so grausam wollen wir nicht sein aber irgendwann war es nicht mehr aufzuhalten und man hat halt doch zugeschlagen und dann haben wir ja ist es sehr spannend was für Schulthemen wir da haben da wäre wenn dann auch das wirklich zu Verletzungen kommt und zu schlimmen Dingen wer ist dann eigentlich schuld weil nach juristischen Gesichtspunkten wird natürlich derjenige der sozusagen das Schlagen vollzieht in dem gemeinsamen Inszenierung der kommt vor Gericht so wie der Gewaltiger vor Gericht kommt aber psychologisch betrachtet kann man nicht sagen dass der unbedingt sehr viel schuldiger ist als der andere also da rühren wir auch an interessante ethische Fragen dann auch sehr plastisch Holzbein spielen nach dem Motto wie kann man von jemandem der wie ich nie eine höhere Schule besucht hat das erwarten ja da wird der 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 nichtbesuch einer höheren Schule lebenslang darauf verwendet zu sagen ich habe ein Holzbein von mir kann man Dinge nicht erwarten und da ist es dann wichtig eben jemandem zu sagen das hat mit Schulbesuch nichts zu tun ich kann auch von dir trotzdem erwarten dass du seinen Verstand benutzt es ist also die Einladung zu merken dass das Holz neben dem Holzbein ein nicht benutztes gesundes Bein ist und das ging ja bis dahin ich habe das gestern erwähnt dass die Schiffs das sehr konsequent gesagt haben dass auch dass jemand schizophren ist ist kein Grund sich schlecht zu benehmen oder nicht zu denken also auch da haben die Holzbeinspiele heftigst konfrontiert auch das rührt an schwierige Fragen ran was kann man wirklich erwarten und was kann man nicht erwarten mit denen viele Professionelle ja immer wieder auch befasst sind und wie oft habt ihr wenn ihr im Organisationsbereich gearbeitet habt wahrscheinlich ähnlich wie ich gesagt okay es nützt nichts wenn ich meine Lehrbuchvorstellung hier einbringe die brauchen jetzt wirklich was die sind in der Krise da muss ich mit anpacken da muss ich helfen die sagen wir können im Moment nicht die Umorganisation machen die Klärung der Zuständigkeiten der Delegation die eigentlich notwendig wären und dann weiß ich jetzt nicht komme ich jetzt in die Helferposition im Symmetramaträg und spielen die Holzbein und wie und wie oft hat man erlebt dass man denkt man will dann auch jetzt nicht puristisch sein man will auch mit anpacken die appellieren dann auch danach wie können sie jetzt wo das Schiff brennt mit uns darüber reden ob man nicht hätte eine andere Feuerlöschanlage einbauen sollen jetzt müssen wir erstmal löschen sieht man dann auch ein macht das dann auch um festzustellen sobald der größte Brand gelöscht ist verkaufen das Schiff dann gleich wieder einen noch größeren Auftrag mit Brandgefahr der leider schon gleich nächsten Monat beginnt sodass mit Feuerlöschanlage dann jetzt doch nichts zu machen ist und dann merkt man dass man doch in einem Holzbeinspiel gelandet ist obwohl man es auch gut gemeint hat manchmal sogar sehenden Auges ja ich armer ist ja auch etwas was häufig gespielt wird dass das Ergebnis ist why does this always happen to me also Menschen die egal wie das Wetter ist merken wenn es mal nicht so ist wie es sein sollte liegt es daran dass es immer ihnen passiert da ist das wichtigste die wichtigste intervention wenn ich meinen Freund Gunther Schmidt zitieren darf lerne klagen ohne zu leiden als erste Stufe also nicht gewöhnt dir das ab sondern spiel das ruhig weiter aber du musst selbst ja nicht mehr dran glauben und das hilft wirklich manchmal also wir kommen noch zu dem Thema Rabatt magensammeln manche Menschen die sich wirklich in sehr schlechte Zustände bringen müssen um bestimmte Dinge vor sich zu rechtfertigen die kann man einladen wenigstens so zu tun als wäre das so aber selbst nicht mehr so arg runter zu leiden wenn sie gleichzeitig skrupulöse Menschen sind meint sie sie müssen sich auch so schlecht fühlen wie sie einen schlechten Demonstrationszustand nach außen brauchen und da hilft als erstes ein kleines Charakter Disorder Training auf dem Weg zur Besserung dem man sagt sei wenigstens unehrlich damit es ist niemandem geholfen wenn du tatsächlich ein Magengeschwör kriegst als erste Maßnahme also das lernt man dann solche therapeutische Schritte nicht zu fürchten lernt man dann wenn man bei den Schiffsausbildung gemacht hat wenn man das einem ganz bürgerlich sozialisierten Menschen als Maßnahme anbietet dann sagt er um Gottes Willen dass du von mir etwa erwarten dass ich der Unauthentizität hier das Wort rede der hat dann einfach weniger taktische Spielräume im Beraten von Menschen und man kann ethisch motivierte Therapie durchaus auch mal mit unethisch aussehenden Schritten machen und es gibt Milieus in denen man absolut impotent ist wenn man dazu nicht in der Lage ist wenn man das sich skrupulös verbietet ist man aus diesem Eigenverbot heraus dann hilflos gegenüber Machenschaften die einfach sich an die Regeln nicht halten innerhalb deren man operieren möchte also Beispiel ist euch das recht wenn ich so kleine Anekdoten noch erzählt hat der hat mit kriminellen Namen Knast gearbeitet und da galt eine ganz klare Regel der erste bei dem zum Beispiel Drogen gefunden werden fliegt egal warum und es wird nicht mal überprüft ob das gerecht ist oder nicht gerecht ist ob sie der selber beschafft hat oder nicht beschafft hat es gibt einfach da eine Tilt Regelung wohl wissend dass man damit üblen Spielen untereinander Raum bietet und sich selbst womöglich zum Vollzugsorgan solcher Mechanismen macht aber es ist die einzige Möglichkeit innerhalb des Systems wegen der höchst hohen Gefährdung die dadurch entsteht und bei Kriminellen ist ein hohes Reizniveau schafft hohe Achtsamkeit sodass die also drauf gucken dass ihnen keiner was unterschiebt und wer da was macht und wenn sie jemanden erwischen oder von jemandem annehmen dass er in der Beziehung schief liegen könnte dass der sofort konfrontiert und öffentlich das offengelegt wird das würden die nach ihren Wertvorstellungen niemals tun wenn sie nicht so bedroht wären selbst Opfer zu werden und dass es keine Möglichkeit gibt sich raus zu reden selbst wenn man unschuldig ist also da rühren wir dann an interessante ethische fragen ob der zweck da die mittel heiligt da kann man sicher viel darüber diskutieren Helferspiele das ist jetzt wenn ihr euch da nochmal dran erinnert also Spiele die aus der Retterposition initiiert werden oder die dazu da sind selbst die Retterposition am Ende einnehmen zu können ich will dir ja nur helfen oder toll dass du deinem Chef jetzt mal die Meinung gesagt hast was wärst du ohne mich und dann gehe ich ins Bahn gucken spiele und was bin ich doch für ein gut Mensch sie werden noch auf mich stolz sein als solche Sachen kann man sich natürlich durchaus als okay okay Versionen vorstellen nichts dagegen dass man gern ein gut Mensch sein möchte und hofft dass Menschen die einen kennen dann auf einen stolz sind immer daran erinnert das sind plus minus Position also ich brauche andere die nicht kompetent sind die hilfsbedürftig sind die kritik würdig sind damit ich diese Position einnehmen kann von daher eigentlich ein Ausbeutungsverhältnis also es gibt durchaus plus plus Version ich bin okay du bist okay Versionen die ähnlich sind